Hallo Lieben und Willkommen zurück im Fuchsbau. Heute gibt es einen Killstar Haul. Die hat nämlich zum Black Friday ein richtig cool Sale, wie so viele andere Seiten auch. Das Paket kam letztens aber erst an und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt gemeinsam endlich mal auf. Ich habe die ganze Zeit noch gewartet, bis ich heute endlich Zeit hätte, das Video zu machen. Und ab und zu Videos, ab 2021 nehme ich mir vor, ein bisschen mehr aus meiner Kompetenz rauszurutschen und endlich, endlich in der Video-Content zu machen. Mal gucken, wie das so funktionieren wird. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß beim Video und los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020